Wunderschönen guten Morgen! Sonntag, 5. März, 8 Grad. Soll heute ein bisschen regnen gegen Nachmittag. Ich hoffe nicht. Wäre sonst ein bisschen uncool fürs Rettungsrundetraining, weil man wird halt nass. Also es scheint doof, wie immer, wenn es regnet und man nass wird. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg und bin schon ein bisschen spät dran, weil ich ein bisschen getrödelt habe. Jetzt fahre ich hin. Es braucht ungefähr so eine halbe Stunde bis dahin. Wir sind inzwischen beim Rettungshundetraining angekommen im Wald, wenn man ein bisschen sehen kann. Ja klar. Ich mache jetzt gleich für ein Mitglied eine simulierte Prüfung. Sprich drei Versteckpersonen. Suchgebiet. Das habe ich nicht richtig aufgepasst. Sonne, hallo. 100 auf 200 Meter. Irgendwie sowas. Und ja, ich habe da vorne so einen schönen Haufen von Tannenzeug, was hier aufgeschichtet wurde. Da soll ich mich verstecken. Das mache ich jetzt auch gerade. Die Ausdauer. Ja, da in dem Haufen irgendwo werde ich es mir jetzt gemütlich machen. Und suche erst mal meine Position für die Kamera. Und dann schauen wir mal, was passiert. In dem Sinne, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die rennt mit deinem Essen nach irgendwo hin. Sitzt er? Ist er hinterm Baum? Ja. Okay. Such! Ja, kannst du geben. Ja, fein. Ja, fein. Fein macht ja hoch. Feini. Da ist schon was. Alles raus. Alles raus. Ja, super. Super. Nehmen wir mal Ray. Gib's her. Ja, fein. 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 Super. Okay, come here. Da ist noch nix drin. Achtung. hat sich verschluckt zu gierig ein bisschen nachschub jetzt bist du in dein Futter reingetreten in dein Wasser meine ich ja Ja, fein, super, hallo, ja, fein hast du das gemacht, oh, schön in die Kamera, ja, fein, ich hab nix dabei, ich hab nix dabei. Hallo, ja, du, hm? Ja, hehehe. Vielen Dank. Ja fein, lecker, lecker, fein gefunden, ja super, da ist noch was drin, da ist noch was drin, guck mal, ja jetzt hast du alles, jetzt ist leer, babbel da. Jetzt sind ich und Ray wieder dran, das wird jetzt gerade vom Blue gefunden, habt ihr gerade gesehen, auf dem Holzstapel und jetzt geht es zum Auto, Dosen voll machen mit lecker Wiener Würstchen, mit ein bisschen Käse, ein Stückchen Salami, ich glaube auch noch drin und so. Und ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie es ist, wie ich kann. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Ja, warte, warte, warte. Warte, kurz und alles gleich wieder, so. So, Leckchen. Das kannst du gar nicht mehr erwarten, gell? Das kann ich gar nicht mehr erwarten, gell? Ja. Ja. Ich habe noch nie losgefahren. Und so. Wie eine Rakete. Wie eine Rakete. Super! Super! Ja, fein. Mag ich was denken? Ja, du denkst. Ja, du denkst. Du denkst, du denkst. Trinken. Trinken. Na. Da, trinken. So kein Durst, da bleiben. Also fein gemacht. Aha. Aber ein bisschen Masik. Wie sieht's? Nein. Oh Mensch. Super! Bingo! Fein. Mensch. Super! Oh, fein. Trinken. Ja. 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 So, Rettungshundetraining ist vorbei, jetzt geht es nach Hause, Hunger und so. Danke fürs Anschauen, wenn es euch gefallen hat, gebt euch einen Daumen nach oben. Wenn ihr up to date bleiben wollt, dann auch natürlich gerne ein Abo. Fragen, Anregungen und so weiter, gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank!